Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Bohemmer Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Bohemmer Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Bosch Professional Bohemmer. Dieser rotierende Hammer ist wieder ein Design aus der Bosch Fachkollektion. Nach Angaben des Herstellers hat dies eine 20% höhere Key-Selling-Leistung als alle anderen rotierenden Einwertungen seiner Effizienzklasse. Er arbeitet mit einem 800 Watt Elektromotor zusammen, der eine Schlagenergie von 3,1 Joule hat, aber nur 3,6 Kilo berücksichtigt. Darüber hinaus ist es mit moderner Bosch Resonance Control-Technologie ausgestattet, die für eine geringe Resonanz sorgt, was die Arbeit mit diesem Gadget für Sie sicherlich viel weniger kompliziert macht, vor allem beim Meissen. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Makita HR2811 FT Kombihammer. Der zweite Bohrhammer von Makita im Gegensatz dazu. Im Vergleich zum Human Resources 2470 verfügt dieses Gerät über einen 20 Watt extra leistungsstarken Elektromotor. Das Besondere ist jedoch, dass es sowohl SDS-Bohrer als auch typische Rundbohrer bewältigen kann. Dazu wird es mit einem Schnellverstellbohrfutter ausgestattet. Die Human Resources 2811 FT eignet sich zum Bohren, Hammer-Exploration und auch Meißeln. Die Arbeit wird durch eine zusätzliche Schwingungsdämpfung durch einen federmontierten Griff erheblich erleichtert. Die Verwaltung liegt durchaus möglich ebenso fest in der Hand mit einem platzierten Gummipad. Auf Platz 3, haben wir die Einhell Bohrhammer. Die Marke Einhell wird im Heimwerkemarkt besonders geschätzt. Der unten verglichene TC Rhein 900 Bohrhammer verfügt über einen pneumatisch angetriebenen Hammermechanismus und ist mit einem 900 Watt Elektromotor ausgestattet, der ein Ergebnis von 3 Joule erzielen kann. Der Einhelldrehhammer ist etwas schwerer als die genannten Geräte und berücksichtigt auch 4,05 Kilo. Dafür wurde der zusätzliche Griff sogar verbessert. Er ist durch Reppen vor versehentlichem Rutschen geschützt. Die Überlastschlupfkupplung sorgt auch dafür, dass sich der rotierende Hammer selbst ausschaltet, um Verletzungen zu vermeiden. Der TC Rhein 900 arbeitet mit dem SDS Plus Halter, ein Schnellspannfutter für Rundbohrer ist nicht im Lieferumfang enthalten. Um zu Gov Nummer 2, haben wir die Makita HR 2470. Der rotierende Hammer des renommierten Gerätelieferanten Makita ist ein wirklich robustes Werkzeug, das mit einem 780 Watt Motor ausgestattet ist. Dadurch ist eine Effektenergie von 2,7 Joule möglich. Nach Angaben des Herstellers, ein einzigartiges Attribut ist, das es mit der gleichen Rate und Drehmoment sowohl in der linken und auch besten Rotation behandelt. Ziegel, Beton und Stein sind für diesen Hersteller keine Sorge. Sie können die Rate sowie die Anzahl der Striche online einstellen, um sicherzustellen, dass Sie ständig die volle Kontrolle haben. Das Gewicht dieses Hammerbohrers beträgt 2,9 Kilogramm. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Bosch Professional Bohrhammer. Dieser Bohrhammer von Bosch arbeitet mit einem 880 Watt Elektromotor, der eine Effektenergie von 3,2 Joule erreicht. Dies garantiert schnelles Bohrendeichen und meißelnde Leistung. Das Gadget verfügt zusätzlich über eine integrierte Sensoreinheit, die das Verletzungsrisiko verringert. Findet die Sensoreinheit während der Arbeit einen Verstrucklock, schaltet sich der Elektromotor komplett ab, wodurch verhindert wird, dass sich der Hammerbohrer noch weiter dreht. Das Werkzeug wiegt 3,1 Kilogramm. Natürlich hat der GbH 2 bis 28F einen Verriegelungsschalter, so dass Sie den Auslöser nicht die ganze Zeit halten müssen, was Erschöpfung verhindert, besonders wenn Sie einen langen Zeitraum helfen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.